Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Alle-Gutschein-Codes-Video für den aktuellen Monat. Wir sind heute bei allen Gutschein-Codes für den Juni 2023 und wir haben wieder jede Menge Stuff im Petto und fangen natürlich wie gewohnt mit den ersten Sachen an, die ihr für das aktuelle Verifizieren eures Accounts machen bekommt und das sind einmal nämlich diese Sachen. Das ist einmal der gute Terrier. Wie immer noch seit dem Winter-Outfit gibt es immer noch diese Sache dafür, wenn ihr euren Account bei Star Stable verifiziert. Fangen wir an mit dem nächsten Code, nämlich der nächste Code Rainbow Unity. Der Code, der aktuell frisch ins Spiel gekommen ist und noch bis zum Anfang des nächsten Monats, also bis zum Ende des Rainbow Events funktioniert. Rainbow Unity gibt euch diese Schleife hier. Aber gehen wir weiter, denn natürlich gibt es immer noch den Code, der mit einer meiner Favorite Codes ist, nämlich RideWithUs. Der Pulli, der euch immer noch den RideWithUs Pullover gibt, der richtig, richtig cool aussieht und perfekte Werte hat. Weiter geht es mit dem Code Inspiration 2018, der schon eine ganze Weile im Spiel ist und euch immer noch dieses T-Shirt ohne Werte gibt. Next one sind die beiden Codes, die euch beide Westen geben, nämlich Silver Jacket, einmal die silberfarbene Jacke-Gemeinschaft. Übrigens könnt ihr sie auch schon tragen, obwohl da Level 9 steht. Und die bronzefarbene Jacke lohnt sich beide auf jeden Fall mitzunehmen, denn sie geben euch beide zusätzlich, wenn ihr sie nicht mögt, auch noch mal 1000 Schillinge. Next one ist der Code Thumbs Up, den es damals zum ersten Mal auftauchen des ganzen SSO-Handy-Stils gab und den gibt es auch immer noch, immer noch dieses T-Shirt ohne Werte. Danach haben wir das Starshine Plüschi, das es mit dem Code ReadTheBook gibt und es seht ihr einmal hier, ist kein Laufhaus-Tier und gibt es mit dem Code ReadTheBook. Dann haben wir den kleinen Starter Code HorseSnack, der uns immer noch diese beiden startmäßig guten Futterungs-Items für unser Pferd gibt. Next one ist der Code StarStableWest und der gibt uns immer noch die Höchstweste, eine sehr, sehr frühe Promotion-Aktion von StarStable, die aber immer noch im Spiel ist. Das nächste ist das Blizzard Set, denn das Blizzard Set, das Stil StarSki-Ausflug, diese Codes könnt ihr immer noch einlösen und bekommt damit diese beiden Items, die es aktuell zum Winter ein wenig schwieriger für euch zu holen gab. Zusätzlich mit dem Code TeamCarrots gibt es vom letzten Event immer noch das lila Karotten-Set. Für euch ein Haustier, nämlich lila Karotten für die Satteltasche. Als letztes natürlich gibt es immer noch den Code OneWeekSR2023, also eine Woche StarRider für euch on top, die ihr noch zusätzlich zu den, wenn ihr gerade das Spiel frisch verifiziert, zu den drei Tagen gebt. Damit seid ihr dann auf acht Tagen, wenn ihr frisch das Spiel derzeit startet. Das sind alle Codes für den Juni. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen konnte. Und dann sehen wir uns mit diesem Video im nächsten Monat wieder. Bis dann, viel Spaß mit den ganzen Codes und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!